Toe2Toe wird präsentiert von ROOG Willkommen bei Toe2Toe, das Magazin mit den Fashion-Frisuren. Deswegen habe ich mir auch Marc Lamberts heute eingeladen. Herzlich willkommen. Danke, hallo zusammen. So, ja, schön, dass du da bist. Und wir kommen mal gleich zur ersten Statistik. Wer ist der Kerl überhaupt? Das ist er, Marc Lamberts. Profibilanz, 4 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen, 30 Jahre alt, Ostdeutschland, Größe 1,78, K.O.-Quote 75%, 14 Runden insgesamt geboxt und deine wichtigsten Kämpfe bisher, Mirko Sikora und Alexander Boskovic. Und jetzt fangen wir mal mit den Bildern an. Gucken wir uns mal Bild 1 an. Kommt dir das bekannt vor? Ja, ja. Was ist das? Das ist meine Geburtsstadt Herdecke. Man sieht sich natürlich selber als Dortmunder, aber das ist halt schön nahe dran. Und ja, in dem Krankenhaus bin ich geboren. Meine Familie kommt daher. Herdecke. Hast du da noch Verwandte? Bist du da ab und zu noch? Ja, mein Onkel wohlt immer noch da. Bin ich natürlich auch oft noch da. Hast du irgendwelche Tipps für irgendwelche touristischen Aktivitäten? Corona erlaubt jetzt langsam wieder was? Ja, auf jeden Fall. Die Promenade ist neu gemacht. Ist echt schön. Hohe Lebensqualität. Du hast einen See da. Du hast einen schönen Wald. Du hast direkt einen Fluss. Du hast im Prinzip alles da. Aber nette kleine Stadt. Hohe Lebensqualität. Kann man auf jeden Fall abchecken. Das Krankenhaus sogar relativ bekannt. Weil du da geboren wurdest. Natürlich. Ja, genau. So, nachdem wir jetzt Werbung für Dr. Stefan Frank gemacht haben, kommen wir zu Bild 2. Da sieht man dich in Amateurzeiten. Also du hast eine Amateurlaufbahn hinter dir. Vielleicht kannst du uns mal ganz so erklären, wie bist du zum Boxen gekommen? Wie war deine Amateurzeit? Was hast du da so gewonnen oder wo hast du mitgemacht? Ja, das Bild, was wir da sehen, ist von Mittelrhein-Meisterschafts-Finale, was ich da gewonnen habe. Angefangen habe ich im Kampfsportcenter Frechen bei Stefan Raaf. Und ja, dann irgendwann bin ich dann zu Bayer Leverkusen gegangen, zum Amateurboxen. Danach dann weiter zu Faustkämpfer Köln-Kalk. Habe dann auch meinen Trainerschein gemacht. Selber auch als Trainer am Amateurboxen tätig gewesen. Gleichzeitig noch als Athlet. Dann, irgendwann bin ich nach Kolumbien mal gegangen. Das hat nicht ganz so funktioniert. Bin ich wiedergekommen und habe mich dann entschlossen, ins Profilager zu gehen. Wie kam es dazu, dass du überhaupt die Motivation gefasst hast, mal auch mit Boxen anzufangen? Ich wollte immer eigentlich schon boxen, aber sag ich mal, in einem Alter, so in der typischen Pubertät und so, dann war man halt zu cool dafür, dann wirklich ins Boxen zu sein, weil man halt zu tough war. Und dann habe ich leider spät erst angefangen mit 18, weil ich es dann wirklich wissen wollte. Und ja, einmal rein in den Gym und nie wieder verlassen. Aber die Amateurboxschule hat auf jeden Fall die Grundlagen gelegt, von denen du heute auch noch zehrst. Ja, auf jeden Fall. Gerade auch die Erfahrung zu machen, die Kämpfe, das gelost zu werden und alles. Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Ausbildung, die man da bekommt. Wir gucken uns jetzt gleich mal das nächste Bild an. Du sprachst es gerade schon an. Stefan Raaf, du hast gesagt, das war dein erster Coach und damit natürlich auch was ganz Besonderes, den man eben nie vergisst. Es steht auch da. Was verbindest du mit ihm? Und das war sicherlich der 10. Dezember 2012, ein sehr trauriger Moment. Ja, er ist mein größtes Vorbild, wird auch immer mein größtes Vorbild sein. Der hat wirklich sehr viel getan, auch für die ganzen Kids, auch in Frechen auf der Straße. Wenn du mal an der Tür gearbeitet hast, du hast Leute getroffen. Stefan hat mich von der Straße wegbekommen. Das war wirklich eine sehr wichtige Person auch und ein super Mensch. Und ja, an den Tag kann ich mich noch genau erinnern, wie das, was da passiert ist. Ich habe vorhin noch, zu der Zeit habe ich in Dortmund gewohnt und war dann noch mal kurz beim Training vor. Ich glaube, Dienstag war das. Dann habe ich auch nur, ach komm, sagst du schnell so, tschüss in die Runde. Das habe ich noch genau im Kopf, weil ich dann nicht mehr wirklich tschüss gesagt habe. Ich habe mir überlegt, gehe ich noch hin, tschüss sagen. Dann komm, ist gerade im Training. Sagst du, tschau. Bin ich gefahren und dann wurde ich da morgens dann quasi von einer Nachricht wach, von einem Kollegen, der Nachtschicht hatte und sagte, boah, den kanntest du doch sicherlich auch, etc. mit der Nachricht. Ich gucke und dann sehe ich dann diese Todesnachricht und ich habe fast gekotzt, als ich dann aufgewacht bin und ja, heftige Sache. Das hat alle sehr getroffen da und ja, ist immer noch so eine Sache, wo ich sehr, sehr viel von gelernt habe und was immer mein großes Idol sein wird. Wo ich das erste Mal im Frech und Boxstim war, habe ich auch mal ein bisschen da im MMA reingeschaut und sowas und weiß ich auch nicht noch, wo, da war aber ein bisschen Bodenkampf da machen. Dann kam Stefan irgendwie rein, sagte was und dachte mir, boah, so würde ich mal sein, wenn ich älter bin. So eine Vorbildfunktion und ja, sind wir noch dabei. Wie hast du das verarbeitet? Also der Schlag war natürlich erst mal heftig, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist immer noch verrückt, auch wie die Zeit einfach vorbeigeht und sowas, aber das war schon ziemlich heftig, so das Ganze. Aber er bleibt immer in deinem Herzen, auf jeden Fall. Und das Leben ging ja dann auch für dich weiter. Wir gucken uns mal das nächste Bild an. Du hast es gerade schon angesprochen. Das ist übrigens eine sehr schöne Sehenswürdigkeit in Kolumbien. Kolumbien ist auch ein Teil von dir. Und ja, wenn wir uns das jetzt mal angucken, dreh dich mal in die Kamera. Wir haben es sogar auch hier auf deinem Shirt, die kolumbianische Flagge. Also Kolumbien spielt eine große Rolle in deinem Leben. Vielleicht kannst du uns einfach mal sagen, was ist die Verbundenheit? Wie kommst du zu dieser Affinität? Diese Affinität nach Lateinamerika hatte ich schon irgendwie als kleines Kind. Damals war es, wo ich Fußballfan war, immer von Argentinien. Diego Maradona, habe ich zu meiner Mutter, als ich klein war, gesagt, irgendwann gehe ich nach Argentinien, heirate eine Argentinierin. Dann ist es so gewesen, dass mein bester Freund Kolumbianer ist. Und ich wollte halt immer dann seine Heimat auch mal kennenlernen. Dann auch nach Bogotá erst geflogen, noch nicht so umgehauen und dann in Medellin wirklich. Die kennen wahrscheinlich viele durch Pablo Escobar, auch durch Narcos, wo ich dann dahin geflogen bin. Das war wie so eine Liebe auf den ersten Blick. Die Leute haben mich wie Familie aufgenommen, auch gerade dann, wenn man Deutscher ist, so ein bisschen natürlich auch so zurückhaltender etc. Und das war einfach so eine Erfahrung, die mich extrem geprägt hat, schon beim ersten Mal direkt, als ich mich da extrem verliebt habe in die Stadt und gesagt habe, boah, hier will ich irgendwann mal leben, auch viele Freunde dort habe. Und ja, das ist immer ein wichtiger Teil. Hat mich sehr viel gelernt, auch dann jetzt, seit 2011 war ich glaube, ich war das erste Mal da, bin immer regelmäßig da, habe versucht dann auch auszuwandern. Hat mir dann auch viel gelernt, auch wirklich Deutschland ein bisschen mehr wieder wert zu schätzen, weil das auch Werte sind, sag ich mal, die wir hier haben und die hier ganz normal sind, wo du dann da merkst, das ist nicht ganz normal, das ist wirklich was Besonderes. Genau, für alle, die auswandern wollen, denen sei gesagt, Vorsicht, die Mühlen malen da sehr langsam, was die Bürokratie angeht, nicht wahr, Marc? Ja, das ist schwierig so. Deswegen bist du auch wieder hier. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass du wieder hier bist, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Kommen wir denn mal gleich zum nächsten Bild. Das habe ich mir natürlich ganz bewusst rausgesucht, denn das war eigentlich der Grund, warum wir uns auch getroffen haben. Du warst Trainer im Cage MMA Cologne und genau, erzähl uns mal so ein bisschen, du hast ja auch Trainerausbildungen gemacht und davon hast du ja auch ein bisschen dein Wissen weitergegeben an eben Trainingswillige und das hat da eben im Cage. Ja, genau, im Cage. Was hast du da für Kurse gemacht und gegeben? Ja, ich bin ja, wie gesagt, du weißt das ja, ich habe die C-Lizenz im Leistungssport gehabt, im Amateurbereich noch, mittlerweile natürlich ausgelaufen. Ich bin auch im Profibereich tätig, dann bin ich auch noch Athletiktrainer, also Strength and Conditioning Coach und habe dann auch Kurse, Fighters Fitness haben wir das da gemacht und das Boxtraining, wo wir uns auch kennengelernt haben und dann auch zusammen zu Fight24 gekommen sind dadurch. Und ja, war eine super Zeit, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, würde ich nicht missen wollen, die Zeit. Ja, kann ich auch jedem empfehlen, dass Jim, wenn ihr in Köln tätig seid, aber wir kommen jetzt erst mal zum nächsten Bild. Das ist ein Bild, das habe ich mir ganz bewusst rausgesucht, denn sieht man nicht oft diese vier Leute auf einem Bild. Es sind vier, ich möchte es mal sagen, irgendwo schon Idole oder Leute, zu denen man aufguckt. Vielleicht sagst du zu jedem mal was. Für alle, die sie nicht kennen, ja, Canelo Alvarez, Floyd Mayweather, Miguel Cotto und Sugar Shane Mosley. Ja, alles natürlich. Warnes Boxer, gerade Miguel Cotto, einer meiner absoluten Lieblingsboxer. Habe ich sogar live gesehen noch in den USA in seinem vorletzten Kampf, weil er so einen Lebenstraum erfüllt. Floyd Mayweather, auch natürlich für mich der Größte aller Zeiten, wie er sich bewegt. Ich gucke die Kämpfe immer noch jetzt, ich gucke seine Sache immer noch an, weil es beeindruckend ist, genau wie von Cotto, wie ich sehr viel studiere. Natürlich, Andrew Ward, wäre natürlich noch schön darauf zu sehen. Auch einer, zu dem ich sehr aufgucke, mit seinem Box-EQ und vom Style. Canelo Alvarez, damals noch jung gewesen, war ich auch, Canelo gegen Mayweather, war ich auch in Medellin da zu der Zeit. Das war auch noch ziemlich cool. Sugar Shane Mosley, da war schon eine ziemlich geile Zeit vom Boxen und natürlich auch viele Leute, zu denen man ausguckt, von denen man sich viel abguckt. In der heutigen Zeit kann man wirklich diese Greatness auch studieren und gucken, was machen die, was ist das Besondere an denen, was kann man vielleicht davon ein bisschen übernehmen. Bei den vier Boxern, die wir gerade gesehen haben, sind die nur sportlich Idole für dich oder auch, sage ich mal, wie sie sich abseits vom Ring verhalten? Denn das sind ja eher welche, die mit weniger Skandalen, okay, Canelo war mal Doping gesperrt, aber es gibt halt eben jetzt nicht so diese, dass sie in den Knast wandern und so weiter. Das sind eigentlich doch so vom Verhalten her eher vorbildliche. Genau, sagen wir mal, so Floyd von seinem Verhalten ist jetzt nicht so mein Charakter, so wie ich es jetzt wäre, natürlich, aber so ein Canelo Alvarez zum Beispiel, ich mag das, der ist ziemlich klar, was das ganze Boxen angeht. Der ist nicht überheblich, der macht sein Ding, der ist schön ruhig, ist nur gute, wie gesagt, außer mit dem Doping, so ist er ein gutes Vorbild auch für viele. Ziemlich glatt. Miguel Corto ist auch menschlich auf jeden Fall ein Vorbild. Super Typ, kann ich mich noch an ein Foto erinnern, wo er dann mit seinem Fahrrad unterwegs war und dann kurz in Puerto Rico noch geholfen hat, mit dem Reifen zu wechseln, einfach dieses nahe beim Volk zu bleiben. Und wo ich Miguel Corto gesehen habe, war ich im Wildcard-Gym auch und habe Freddie Roach getroffen. Er ist natürlich auch so Fan, natürlich Freddie Roach. Aber man geht da einfach rein und das ist einfach, als wirst du in einen ganz normalen Gym wie bei uns reinkommen und du quatschst einfach mit einem der größten Trainer aller Zeiten. Der hat extra nochmal aufgemacht, um uns den Raum zu zeigen, wo er dann mit Miguel Corto trainiert hat und mit Manny Pacquia und es war einfach so, ey, du kommst rein und quatsch ganz normal mit dem. Das ist dann wirklich so auch menschlich Vorbild, dass man wirklich einfach selbst auf dem Niveau, wo man ist, dass man einfach noch Mensch bleibt und beim Volk bleibt. Das finde ich schon ziemlich cool. Wobei man jetzt noch fairerweise gestehen muss, die Liebe zu Saul Alvarez, das war ein Ups hinter uns. Ja, genau. Ich respektiere natürlich, er wird in jedem Kampf besser, macht sich weiter. Auch ein paar Sachen, ein paar Kämpfe, die ich ihm jetzt nicht da gegeben hätte. Dann mit dem Doping-Skandal, der eigentlich auch so unter den Tisch gekehrt wurde. Das sind dann so Sachen, naja, geht das ein bisschen rüber, aber man muss wirklich sagen, so den Respekt, den ist immer wieder, zu jedem Kampf wird er besser. In Golovkin hat er für mich auch verloren. Beide Kämpfe, den ersten klar, den zweiten kann ich verstehen, dass die Leute sagen, Canelo hat ihn gewonnen. Aber man hat da auch gesehen, er hat sich angepasst, hat sich weiterentwickelt und da muss man auch den Respekt zollen. Er kämpft gegen alle. Mal sehen, ob wir sogar noch den Kampf gegen Beterbiev sehen werden. Wenn der wirklich zustande kommt, dann auch höchsten Respekt, weil es ihm dann wirklich um die Legacy geht, um der Beste zu sein. Davor habe ich natürlich einen hohen Respekt. Ja, demnächst vielleicht gegen Caleb Plant, wir hoffen es. So, wenn ihr jetzt euch die vier Boxer mal als Poster ausdrucken wollt, habt ihr jetzt die Zeit. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sehen uns gleich wieder. FIGHT24 HD lässt es ordentlich krachen und zeigt das Beste aus der Welt des Kampfsports. Danke. KSWU Ab heute weg mit all den Fragezeichen nur noch gerade King of Kings Ja, es gibt noch so vieles zu erreichen KOMBAT GLOBAL KOMBAT GLOBAL So, ich hoffe, die Poster sind auf Alu Dibond ausgedruckt und hängen an der Wand und verschönern euer Wohnzimmer. Bei mir ist immer noch Marc Lamberts und ihr seht toe-toe-toe-toe und wir kommen gleich mal zum nächsten Bild. Ja, La Tortuga Dein Spitzname und da bist du uns auch noch eine Erklärung glaube ich schuldig und das ist dein Logo. Erklär uns mal so ein bisschen, was das mit dem Logo auf sich hat und woher das La Tortuga kommt, die Schildkröte. Ja, das Logo ML für Marc Lamberts natürlich lustigerweise könnte das sogar auch von oben ein Schildkrötenpanzer sein. La Tortuga Spanisch die Schildkröte komme ich gleich noch zu gemacht von meinem Kollegen Jens schöne Grüße Just Know die Firma haben das Logo erstellt. La Tortuga auch schöne Grüße an Otto Münsterer von Bayer Leverkusen durch meine Affinität nach Lateinamerika er konnte ein bisschen Spanisch hat sich das so entwickelt dass ich am Anfang immer ein bisschen langsamer war da war ich die Schnecke und dann bin ich schneller geworden und meinte ah, du hast es ja geschafft jetzt zur Schildkröte hochzukommen hast dich fortentwickelt zu La Tortuga und das Ganze ist dann irgendwie so weil es auch irgendwie cool passt mit der ganzen Story zu mir ist es dann halt mein Nickname geworden auch weil ich war nicht der der das größte Talent hatte ich habe relativ spät angefangen aber ich habe immer durchgezogen und mache immer weiter und beharrlich gehe ich meinen Weg auch was meinen Stil angeht das beharrliche das passt dann gut zusammen die Farbe von Aesop wo man sieht der Hase läuft schnell los kommt easy bleibe ich sitzen fängt an legt sich hin schläft die Schildkröte zieht vorbei stetig immer weiter immer weiter gab viele die viel viel mehr Talent hatten als ich die besser waren als ich aber die nicht mehr da sind ich bin jetzt immer noch da und ja und werde immer diesen Weg auch weitergehen schön beharrlich für all die Tierfreunde unter uns schon mal drüber nachgedacht die auch eine Schildkröte privat anzuschaffen oder so ein 40 Kilo Einmarsch Kostüm wie Deontay Wilder mal damit in den Ring zu gehen ja wenn ich eine Ausrede brauche dann ziehe ich mir mein Ninja Turtle Kostüm an zum Einlauf naja klar auch mit der Schildkröte habe ich auch schon mal überlegt holst du dir mal so einen aber vielleicht in der Zukunft vielleicht in der Zukunft Kommen wir mal zum nächsten Bild das ist in der Vergangenheit aber ein sehr schöner Moment das war dein Profidebüt in Köln auf einer Card von BS Barakat auch Grüße an ihn gegen Asad Dogro wie hast du dich auf dieses Debüt vorbereitet und was war das überhaupt für ein Gefühl vor Zuschauern damals ja noch einfach dein Profidebüt zu geben ja das war ja in Kolumbien wolltest du ja Profi werden das hat halt nicht so wirklich funktioniert aus verschiedenen Gründen und dann war ich halt quasi eineinhalb Jahre raus mit dem Amateurboxen und da ging es dann überhaupt erst mal wieder im Ring zu stehen das Gefühl zu bekommen Gegner war jetzt keiner der einem gefährlich wird da ging es dann wirklich erst mal mehr wieder die Atmosphäre zu haben ohne Trikot zu boxen vor Zuschauern da zu boxen und da zu stehen und überhaupt das Debüt abzuschließen ja ich bin froh, dass das noch geklappt hat alles vor Corona das hat einen natürlich auch wieder ein bisschen zurückgeworfen dass das ein bisschen langsamer alles verstanden ging und jetzt nur vier Kämpfe sind aber auf jeden Fall eine geile Sache ja ich habe es mir auch live angeguckt und wir kommen jetzt glaube ich zum nächsten Bild genau das war nach deinem zweiten Kampf gegen den Kurnas den sehen wir auch auf dem Foto und hier sieht man im Prinzip so das Team von damals und der Kampf war relativ unspektakulär den hast du auch relativ überzeugend gewonnen ich möchte hier aber nochmal auch auf deinen Trainer eingehen Rüdiger May, vielleicht kannst du da mal ein paar Worte sagen wie hat er dich geschliffen wie verbessert er dich täglich und wie ist die Zusammenarbeit mit ihm ja, Rüdiger schönen Grüß auf jeden Fall das war einfach so das Beste was mir passieren konnte dass ich dann zu Rüdiger gekommen bin das ist so die Art Trainer die ich mir immer gewünscht habe was ich immer erhofft habe zu haben der auch viel freigeschaltet hat wirklich bei mir im Kopf etc und auf jeden Fall habe ich da sehr viel zu verdanken dass ich jetzt auch da bin wo ich jetzt bin ich habe mich extrem verbessert durch Rüdiger durch das Freischalten und bin echt froh auch menschlich ist das einfach supergeil und das macht echt Spaß mit ihm zusammenzuarbeiten auch später wenn ich mal dann wieder als Trainer mehr tätig werden kann da wirklich so einen Mentor gefunden zu haben von dem ich wirklich lernen kann und solange ich noch halt selber boxe auch noch boxerisch so weit zu kommen und die bestmögliche Version von mir zu werden also er wickelt dich auch taktisch immer weiter weil er halt den anderen Blickwinkel hat und gibt ja auch während der Kämpfe gute Tipps also manchmal justiert er ja sagt ja auch ganz ehrlich Runde war weg oder so also ist auch jemand auf den du dich 100% verlassen kannst auf sein ja man das in Boxen ist der einsamste Sport wenn du da drin bist alleine und so aber das ist schon wenn man so einen Trainer in der Ecke hat ist das nochmal so ein anderer Game Changer quasi das ist wirklich ja man hat es gesehen in den letzten Kämpfen wirklich auf Ansage macht das und dann waren das zweimal die Niederschläge und so was also wirklich es funktioniert einfach super man setzt ich setze das um was er macht ich habe da hundertprozentiges Vertrauen und das funktioniert er sieht so viel vorweg und so das ist schon eine extrem krasse Hilfe dann wirklich weil man diesen Anker trotzdem von außen noch hat wenn man selber in dieser extremen Situation ist wie dem Kampf wo man für bestimmte Sachen nicht siehst dann ist das wie so ein so ein Cheatcode von außen den du nochmal reinbekommst der dich so ein bisschen level up weist an so einem Videospiel wo du dann irgendwie nochmal extra Energie bekommst extra Punkte wie viel Input kommt von dir was der Trainingsplan angeht und wie viel schreibt der Trainer vor macht der das 50-50 oder gibt der Trainer komplett vor das ist halt so sag ich mal dass ich halt die Ausbildung im Athletikbereich habe arbeiten wir ganz gut zusammen und auch mit den anderen Boxern mache ich dann auch viel mit der Athletik Rüdiger ist auch so dass er halt mir auch viel vertraut was da mit der Athletik passiert er macht natürlich dann das Boxerische kann sich dann wirklich auch auf das Boxerische konzentrieren und ja das ist einfach eine super coole Zusammenarbeit die einfach richtig Spaß macht cool ging es dann auch weiter in deiner Karriere wir gucken uns das nächste Bild an genau das war in Wuppertal gegen Mirko Sikora der erste richtige Knockout die anderen beiden sind ja vorher in ihrer Ecke sitzen geblieben aber vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen was zu erzählen wie hast du diesen Kampf so erlebt in Wuppertal und wie fühlt sich so der erste richtige Knockout an ja das war erstmal super wieder boxen zu können weil davor ist echt viel Zeit verloren ohne Zuschauer vor dem Corona Jahr waren glaube ich vier Vorbereitungen hatte ich gemacht und ist dann ein Kampf geworden der auch nur gegen Konas war und Danielson sollte ein Achtrunder werden halt wirklich mal mehr Punkte mehr Runden mehr Erfahrungen sammeln wie da wieder reinkommen keine Zuschauer Gott sei Dank dann konnte man boxen und ja das ist dann auch ein bisschen schneller gegangen als erwartet ich wollte eigentlich mehr Runden machen aber dann hat es einfach perfekt geklappt mit einem Leberhaken erstmal ihn runtergeholt und dann von außen wie gesagt es war auch wieder cool zu sehen mit der Zusammenarbeit sagt er pass auf bring jetzt mal den den Schlag Papp reingemacht und dann hat er auch gut gesessen und hat das Ding dann relativ frühzeitig beendet bist du einer der sich die Kämpfe dann hinterher nochmal anschaut weil ich finde gerade vom Konaskampf zum Sikora Kampf hat man auch eine unglaubliche Entwicklung so gesehen ja ja das muss man sich alles angucken man sieht dann auch man fühlt es immer nochmal anders wenn man selber im Ring ist und boxt und dann auf Video sieht man das nochmal alles ganz anders wenn man es wirklich von außen sieht ein bisschen neutraler sieht drinnen fühlst du das vielleicht noch ein bisschen anders auch im Amateurbereich war das extrem krass dass ich mich im Kampf ganz anders gefühlt habe als ich es dann auf Video gesehen habe weil jeder Treffer so dann denkst du oh scheiße jetzt wirst du einmal getroffen gerade in diesen 3x3 musst du dann halt direkt auch wieder Output legen und später siehst du dann wirklich eigentlich was du gemacht hast du kannst auch die Sachen sehen die schlecht gelaufen sind die gut gelaufen sind und daran geht es das dann zu analysieren und genau an diesem Beispiel das Schlechte zu verbessern und das Gute auszuweiten bist du im Ring jemand der die Sachen eher realistisch einschätzt oder denkst du eher die Sachen laufen besser oder gar schlechter als sie dann in der Realität also wenn du es hier im Recap nochmal anguckst rüberkommen Meistens denke ich es ist schlechter als es in Wirklichkeit ist dann irgendwie ja aber ich versuche einfach mein Ding durchzuziehen zieht dich das mental dann runter weil du die Situation eher schlechter einschätzt als sie in der Realität ist oder weißt du damit umzugehen ich weiß damit umzugehen ich mache einfach mein Ding weiter ich ziehe das durch wie beharrlich immer weitermachen der Trainer wie gesagt sagt mir auch wenn was ist wenn ich was umstellen muss da habe ich halt dann die Vertrauen und die Einstellung die ich dann machen muss und vornehmen muss und im Profiboxen ist es halt nicht dass du wenn eine Runde weg ist im Amateurbereich ist das Katastrophe da hast du fast eigentlich den Kampf schon verloren sag ich mal aber im Profikampf selbst wenn eine Runde weg ist du hast dann noch viele Runden Zeit um wieder klar zu kommen jetzt momentan sind es sechs oder vielleicht acht irgendwann dann bei den Titelkämpfen die haben zwölf Runden das ist halt ein Marathon und kein Sprint und ja das ist halt auch das mentale um dann okay die Runde abgeben akzeptieren und dann nächste Runde ist wieder eine neue Runde und das ist halt dieses mentale Mindset was man da haben muss dass man wirklich alles normal sieht aber ich versuche dann nicht darüber nachzudenken das war jetzt schlecht das ist keine Zeit für das kannst du danach dann analysieren was schlecht war und das verbessern aber im Kampf wenn du dann noch darüber nachdenkst was jetzt gerade schlecht war dann hängst du in der Vergangenheit aber das ist eine neue Situation also ja und die Erfahrung eine Runde abzugeben musstest du tatsächlich machen wir gucken uns das nächste Bild mal an das war der letzte Kampf gegen Alexander Boskovic war ungeschlagen damals die dritte Runde hast du abgegeben und das war tatsächlich das erste Mal so eine Situation wo dir dann auch der Trainer das gesagt hat aber insgesamt warst du doch stark verbessert gegen den stärksten Gegner den du bisher geboxt hast ja ein bisschen schwerer auch ein größerer Mann ja die die Runde hätte ich sogar nicht gesagt dass ich die abgegeben habe vom Gefühl aber ja das war schon war ich sehr sehr zufrieden mit der Performance wie war das gegen den größeren und dann auch härter schlagenden Gegner denke ich mal also der hatte ja schon ein bisschen Kraft auch in den ja der war ein war ein taffer Hund und muss man schon aufpassen so ein bisschen aber ich habe das glaube ich ziemlich gut gelöst auch ein Niederschlag erzielt aber konnte es dann nicht finishen aber ja das war auch verrückt da habe ich wirklich harte Treffer gelandet da dachte ich mir immer wow da muss ich dann irgendwann zurückfahren dass ich mich nicht outpunche so aber weil ich habe wirklich immer harte Treffer wieder auch zum Körper gelandet da dachte ich mir wow weißt du wenn du manchmal schlägst und dann du merkst passiert nichts und sowas aber es wird harte Treffer immer weiter gemacht dann immer weiter harte Treffer gesetzt hat er trotzdem noch weiter überstanden dann aber auch einfach wieder zurückgefunden okay und mein Ding weiter runtergeboxt hat dich also nicht frustriert nein du musst ja nur diesen also nicht aufschalter aber diesen zurückfahren und dann sein Ding einfach weiterboxten okay du hast ihn jetzt nicht runterboxt ist das so dann boxt du weiter und gewinnst die nächste Runde noch du setzt dich also auch nicht unter Druck dass du sagst ich muss jetzt unbedingt einen Knockout haben sondern du bist auch mit Punktsiegen generell zufrieden ja ich bin auch sehr ruhig was das angeht immer also ich versuche einfach so meine mein Stoisches zu behalten und einfach wirklich an meinem Ding weiterzuarbeiten ja wenn ihr auch noch mal kurz ruhig sein wollt und in euch gehen wollt dann habt ihr jetzt Zeit wir machen eine kurze Unterbrechung dann sehen wir uns gleich wieder Gameplan 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 Freunde des Backenballetts aufgepasst den Gameplan gibt es ab sofort schon donnerstags ab 20 Uhr gibt es im YouTube Kanal von Fight24 wie gewohnt Meinung und Expertise jetzt also immer mit einem Tag mehr Vorfreude aufs Kampfsportwochenende Der Gameplan bei Fight24 ab jetzt immer donnerstags ab 20 Uhr bei YouTube So willkommen zurück aus der Meditation bei mir immer noch Mark Lamberts und wir gucken uns das letzte Bild an das wollten wir nicht unerwähnt lassen Mark Lamberts auch tätig für Fight24 und da sehen wir die Squad vielleicht erzählst du mal was zu dem Event und was du so für Fight24 machst Ja Cologne Boxing World Cup absolutes super Event das war der erste wirklich in der Bubble das war schon eine ziemlich geile Erfahrung auch dann so ein Weltklasseturnier was wir jetzt wieder in Deutschland haben ich bin auch immer noch sehr sehr großer Fan vom Olympischen Boxen gucke mir da sehr viel an kommentiere auch da ab und zu die Kämpfe Feldball Bundesliga habe ich kommentiert gehabt wie gesagt ab und zu auch paar Events gestern auch wieder mit am Start gewesen halt ziemlicher Boxnerd ich gucke alles ich beschäftige mich viel damit und quatsche auch gerne darüber und ja das war eine ziemlich geile Erfahrung die wir da gemacht haben würde ich sagen mit der Bubble kannst du noch mal kurz was sagen auch zum sportlichen Niveau also das war schon richtig gut wie gesagt wir haben ja wieder Weltklasseturnier in Deutschland was wir da haben mit dem Cologne Boxing World Club gerade so auch zu der Zeit dann wirklich noch hochklassig besetzt super super Kämpfe super Niveau das macht einfach Spaß da sitzt du dann quatscht darüber und guckst einfach die ganze Zeit Highlights an das ist schon kann ich nur empfehlen guckt euch olympisches Boxen an auf Fight 24 Boxen ist nicht tot in Deutschland du hast auch noch ein bisschen was vor dir und wir gucken uns mal die Rangliste in Deutschland an das ist die Top Ten natürlich mit bekannten Namen ja Vincent Falkenburtz Jurem Gümels Dennis Radovan haben wir gestern auch gesehen Vincenzo Galtieri Thomas Pigrello jetzt gucken wir uns mal die zweite Hälfte an haben wir viele kennen wir Björn Schicke Ronny Mittag Araik Marutian der dürfte vielleicht sogar noch ein bisschen nach oben gekommen sein durch seinen Sieg gestern sehr beeindruckend auch das ist so die die in deiner Gewichtsklasse rumwildern hättest du da mal irgendeine Präferenz dass du sagst boah wenn ich jetzt mal weiter oben angreife das Duell wäre interessant ja erstmal muss natürlich noch meine Erfahrung sammeln um auf das Niveau zu kommen meine Runden hinbekommen aber irgendwann will ich ja gucken immer mich weiterentwickeln und dann natürlich auch mit den Besten irgendwann messen wenn das so weit dann gekommen ist und die Chance versuchen man kann das nur wissen wenn man es probiert und ja du scheust dich vor keine Herausforderung aber einen Gürtel willst du schon nochmal irgendwann ja auf jeden Fall das ist das Ziel natürlich aber nicht von Gucci sondern so einen richtigen Versace nehme ich auch mit Gucci nehme ich auch mit aber ein richtiger Gürtel ist natürlich für jeden Boxer so das Ziel tolle Abschlussworte von Marc Lamberts ich sage vielen lieben Dank dass du da warst und vielen lieben Dank auch an die Zuschauer vielleicht möchtest du noch irgendwas sagen irgendwen grüßen zum Schluss ja ich grüße alle aus meinem Team und alle die mich kennen damit ich jetzt keine einzelnen Namen nenne und keinen vergesse danke für den Support und ja danke dass ich hier sein darf sportfrei viel Spaß Toe to Toe wurde präsentiert von Rook da ist es schon wieder vorbei die Folge Toe to Toe aber ich habe gute Nachrichten für euch hier könnt ihr euch die letzte Folge angucken und hier oben könnt ihr den Fight24 Kanal abonnieren und dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr und dann verpasst ihr